Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Schnittchen, hier bei Trouble in Terrorist Town. Heute auf der Rooftop. Und ich bin mal wieder innocent. Dalu ist bestimmt wieder Traitor. Nein. Ich bin gerne Traitor in der ersten Runde, aber das klappt nicht immer. Warum bist du immer gerne Traitor in der ersten Runde? Den Zuschauern ist aufgefallen, dass ich irgendwie mal neun Folgen am Stück in der ersten Runde Traitor war. Leute, ich werd' beschossen! Ich hab 50 Schaden bekommen! Irgendwer ist Traitor hier! Ah! Alter! Ah! Ah, mein Arm! Ja, alles klar, du bist da. What the fuck? Hast du gerade jetzt auch noch auf mich geschossen? Jay ist Traitor. Wenn du ihn nur bist, Jay ist Traitor. Ich sterbe was Dalu! Nein! Aber dann ist Jay, wenn du so abgehst, Alter! Richtig, ich wollt grad sagen, Jay müsste Traitor sein. Okay, also im Tower... Jay ist äh... Come on, Jay, glaub ich. Bist du jetzt auch da, Lüge? Nein! Was machst du da? Ich schnicke die ganze Zeit rum, Alter! Ich wüsste nicht, dass hier überhaupt... Ja, okay! Er ist im Tower. Keine Ahnung, welche Etage. Pass mal auf, Jay! Ich werd' beschossen! Ja, aber du wurdest ja nicht absichtlich beschossen! Nee! Du standst hinterher an dem Glas, wo du dich durchgucken konntest! Und das weißt du auch! Und deswegen nutzt du das! Okay, Jay sitzt oben im Turm. Natürlich weißt du, dass du nicht absichtlich beschossen wirst, wenn du Traitor bist! Jarvis, da vorne... Hä? Ich wusste dann... Hä? Was laberst du? Man kann nicht durch das Glas durchgucken, das wusstest du genau! Ich kann da von außen nicht durchgucken! Du konntest doch genau sehen, dass da jemand da ist, der nichts mit deinem Hirnzeig überm Kopf hat! Nein! Du siehst doch, wenn du durchs Glas schießt, dass da einer durch die andere Seite! Nein! Du siehst bei dem... Du kannst durchs Glas nicht durchgucken! Bei dem hier nicht! Okay, dann wusste ich das nicht! Liebe Zuschauer, ihr habt's gerade auch gesehen, das sieht man nicht! Guckt doch mal auf den Turm, wo... Achso, ja. Das steht auch oben. Christian, das ist auf den Twin Towers. Keine Ahnung, ob das relevant ist, aber nur zu empfehlen. Ah, das ist ganz gut zu wissen. Ja. Warum werden denn hier sämtliche Posis verraten? Ist wichtig für die Enos. Ist für die... Für die Enos gut. Wenn irgendeiner stirbt, weiß man direkt wo. Wo da geportet wird. Da muss der Trader sich so viel mit dem Radar kommen. Ich guck so ständig, verdammt! Hey! Guck nur auf die Tür und ich guck da in die Richtung und dann ist alles okay. Wo ist denn Pididi? Pididi kann nur an einer Stelle sein. Ja, Jay is it. Ja. Der stand gerade oben am Fenster mit irgendwen in der Hand. Der ist ganz oben in dem Turm. Oberste Etage ist da drin. Was? Peter? Ja. Peter, jetzt mach den oder gib mir die Sniper. Der ist unten. Ich habe keine Sniper. NEIN! Der ist unten drin. Der ist unten drin. Der von unten raus. Peter ist es! Peter ist oben auf seinem Haus! Lank mich doch! Whatshit! Haha, wie nice. Das war gut von euch. Hast du mit Namellen da runter geschossen, Jay? Boah, ist der Taube. Taube. Ah, okay. Ich dachte schon, einer mit Namellen wäre so ein richtig guter Shot gewesen. Voll verraten. Ich bin mega erschrocken. Irgendjemand ist Traitor. Ich darf nicht sagen wer, weil ich bin selbst. Hat Dalu hier noch schnell Peter gemacht? Ich hab aber gar nicht gesehen, wo der Schuss kam. Dalu zu kämpfen ist so asozial. Du hast aber auch Pech, du hast dich ja zu mir geportet. Ja, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, du hast eine Pistole in der Hand und nicht eine Shotgun. Das dürfte ja ein klarer Wind sein. Aber... War leider nicht, Peter. Die Diegel ist ja mindestens genauso gefährlich, also ein Kopfschlussrecht ja auch. Du hast mich ja glaube ich sogar auch getroffen gehabt. Warte mal, wo? War hier in der Treppe? War hier noch nie. Wo ist denn hier die Treppe? Was machen wir hier? Wir verstecken uns. Da oben ist einer. Ja, ich weiß. Da oben? Nein. Okay, das war ein harter Leck. Nein. Das wusste ich noch nicht. Was? Es gibt was, was da... Das wusstest du oder nicht? Den D&D kannte ich nicht. Ja, guck mal. Kannst doch noch mal was von dir lernen. Vom Profi kann man noch was lernen, ja. Mach kurz den Fass kaputt. Ich wurde beschossen vorm Turm aus. Vorm Turm aus. Oder von Sepp aus. Turm aus, Bram. Du hast die Strecke nicht. Warum hast du es nicht? Dann guck in die andere Richtung. Ich wurde von der anderen Seite aus beschossen. Ja, Bram hat mich gekillt. Bram? Bram? Stopp, Bram. Stopp. Außer Bram ist Traitor. Wenn ich tot bin, ist Bram Traitor. Du nimmst jetzt den Magneto Stick. Und... Jawohl. Es kommt. Nein, alles gut. Wo wart ihr denn? Also wie gesagt, ich wurde besnipert. Entweder von Sepp oder vom Turm aus. Was hätt ich denn mitbekommen? Wo ist denn Jay? Bram, warum hast du nicht snipiert? Ich stehe genau neben ihm. Jay ist da unten. Also ich glaube nicht, dass es Bram ist. Und Peter wurde wirklich angeschossen. Ja, aber du bist der Einzige, der geschossen haben kann, Jay. Alles klar, Bram ist es dann. Nee, Bram hätte mich gekillt. Wir stuckten grad ineinander. Ich hab aber nicht geschossen. Ja, aber du warst der Einzige, der da Peter hätte treffen können. Ich weiß nicht mal, wo Peter ist. Peter ist gut. Wenn du mich gesehen hast, musst du auch Peter gesehen haben. Also du wurdest random, also blöd angeschossen. Ich hab halt 50 Damage bekommen. Ja, es kann ja sein, dass du... Muss also ein Sniper gewesen sein. Der ist an diesen Garten-Dingen. Das ist ja nicht random dann. Ja, nein, es kann ja sein vielleicht, dass du Damage durch das Fass bekommen hast. Und das jetzt so machen willst. Wo ist denn Christian überhaupt? Also... Weil sie dann erst mal wieder direkt ein Bauernopfer suchen, Bram. Ja. Für dich. Christian ist auf den Twintech raus. Bram hätte mich da oben einfach wegballern können gerade. Ich hatte einen Magnete-Stick in den anderen schon vor ihm. Wir bist ja auch ein Traitor. Dann hätte ich Peter jetzt weggemacht. Also bist du einer, oder was? Ich glaube Christian ist das dann. Der muss ja von da oben geschossen haben. Meine Schadensanzeige kam halt von einer anderen Richtung. Doch, der hätte mich von da aus treffen können eigentlich. Aha. Und da hinten, während du da stehst, wo du stehst... Nein, die stand ja nicht hier, wo ich stehe. Ich bin ja logischerweise dann dahin gegangen, wo ich nicht mehr getroffen bin. Ja, du lebst du noch? Ja, ich lebe nur. So eine Etage tiefer nur. Okay. Echt? Ich dachte, ich frag mal. Also sind es Chris oder ist es Sepp aus meiner Sicht? Ganz eigenartig. Da war gerade irgendeine Explosion. Da ist Jay! Jay ist in die Richtung. Ja, ich hab den Fass weggemacht. Achso. Bram? Jay? Ja, ja. Alles gut. Du bleibst da, ich bleib hier. Wir sind alle glücklich. Für uns rennt der Dalu durch die Gegend. Ganz eigenartig. Der Dalu kann ruhig... Nee, der Dalu kann von mir aus irgendwo hinrennen. Das ist mir scheißegal. Ich muss mir schnell was holen. Christian versucht die ganze Zeit zu snipern. Auf mich. Guck halt, was du machst. Auf dich. Was machst du denn? Du sniperst doch auf alle gerade. Ich sniper auf keinen. Ich auch. Genauso wie Christian, oder nicht? Ja eben. So ist der Unterschied. Jay schon wieder am Blamen, alter. Über uns wird wir angeschossen. Peter, Bram? Bram ist tot. Bram ist weggesnippet worden. Wieder von mir? Von Christian nicht. Ja, siehste. Jetzt gerade. Also muss das Sepp gewesen sein. Wo ist Sepp? Weiß einer wo Sepp ist? Nein. Nein. Ja. Also Sepp ist einer. Ja. Gut hier, Dalu. Dalu? Ja, ich wollte gar nicht hochklettern. Ich hing an der Leiderfest. Weiß nicht wo Sepp ist. Schon wieder ein Schuss auf uns, Peter? Ja, hab ich gesehen. Jay? Wenn du nicht Traitor bist, sind die beiden anderen halt. Aber du bist wahrscheinlich auch schon tot, ne? Okay, Dalu. Einen hab ich. Muss nur noch Sepp, müsste leben. Ist er denn, Christian wird wiederbelebt. Oh. Alter. Oh. Taube. Okay, ich weiß aber nicht. Okay. Was? Ja, alles ist von der Taube. Alles gut. Weißt du von wo? Ne, ich bin nur schnell weggegangen. Ich glaub aber eher so Richtung, Richtung Twin Tower. Also, oder halt weiter links davon. Superschwert. Aber halt nur ne Schrotze, ne? Ich kann halt hier nix regeln. Warte, ich geb dir die Sniper hoch. Und ich geh weiter mit der Schoddi. Nicht runterfallen lassen. Scheiße, ich hab sie wieder. Oh, warte. Perfekt. Und ich geh los. Vielleicht kann ich ihn dir ansagen. Bei allen Dingen könnte der Christian ja jetzt wieder beleben, oder? Ja, da geh ich ja hin als erstes. Wieso sagst du das so selbstbewusst? Warum nicht? Ich wurde geportet. Ich ähm, an den Kisten. Runden. Jetzt hat er ja eine Schrotze. Das ist jetzt blöd. Nein, ach, dann ist er so schnell nach rechts gegangen. Kacke. Ah, gut gemacht, Peter. Schade, Dalu ist nicht gestorben. Das ist ja, das muss man jetzt lassen. Das ist ja nicht gut. Doch, Dalu ist wohl gestorben. Oh fuck. Ja, das war sehr gut. Dalu ist echt unfassbar, ey. Ja, auf die Distanz kriegst du einfach irgendwo ein Licht. Das muss ich doch, da da auch Christian war. Ich hab nix gemacht. Gar nichts. Es war aber keiner mehr über, Christian. Du hast dich halt nicht krass mitbeteiligt und so weiter. Ne, ich hab ihn erschossen, weil niemand mehr über war. Du hast mich einfach angeschossen, ne? Du hast mich einfach angeschossen, ne? Ich hab dich einfach direkt angeschossen von unter dir. Ich hab dir ja so eigentlich nen Header gegeben. Das ist rot. Aber... Und vor allem ist das so geil. Ne, ne, nein, Pit, nein. Wenigstens hat sich das noch mit Peter gelohnt, ihm die Sniper ziehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich dachte, bei dir hab ich ja immer Sorge, ne? Als wir dann die Waffen getauscht haben, dachte ich, okay, jetzt ballast du mich einfach. Ja, jetzt bist du tot, ma. Ja. Wär bei Dalu jetzt ja auch nicht wirklich ganz unbegründet. Ich hab auch schon ein Problem mit mir gerade gehabt, Peter zu vertrauen. Ich hab auch jedes Mal damit gerechnet, dass er mich einfach aufsteht. Dummdi dumm, da ist Jay. Wer ist das? Das ist Dalu. Nein. So, hier bin ich jetzt fertig. Magst du deinen Namen nicht, Dalu? Nein, Mr. Sepp. Und... Habt ihr die Axt schonmal benutzt? Oh, wer ist denn da? Axt. Damit kann man Jason die Maske abschlagen. Der war... Hast du die Axt schonmal benutzt, Dalu? Welche Axt? Es gibt im Haus einen Schalter. Wenn man den drückt, müssen den noch vier andere Spieler drücken, um die Axt freizuschalten. Bist du im Tower? Ja, ich bin im Tower. Jay, warst du gerade auf Kao oder hast du was zu trinken eingeschüttelt? Hä, ich? Nö. Nö, ich wollte nur wissen. Hast du irgendwas an deinem Handy gemacht? Oder irgendwas anderes? Okay, also... Nein! Du warst also... Dalu gibt ja sogar hier die Auswege quasi. Die musst du auch nutzen, dann. Du warst also im Spiel. Du warst... Du warst... Ich beobachte alle Kart. Peter hat ne Taube! Wo ist Peter? Peter hat keine Taube mehr. Hallo? Hallo? Willst du run on run oder was? Äh... Möglich. Okay. Da läuft Christian! Da läuft Christian. Der ist es. Der kommt zu dir hoch. Wie der ist es? Dann willst du mich veralbern, ihr seid schritten bei den Traitor. Du redest die ganze Zeit nicht! Hey, Peter ist doch Confirmed Traitor, Jay. Und warum bist du... Du bist so ein Feuerhund. Also du bist auch noch da? Ja, und Peter ist Confirmed Traitor. Und du sagst, pass auf, der kommt zu dir hoch, Peter. Alles klar. Das war jetzt dumm. Nee, du... Nee, du... Jetzt ist Christian auch tot, ne? Ja. Ja. Aber nicht durch mich, sondern durch dich, Dalu. Was ist denn da, Dalu? Unten in der... In dem Häuschen drin. Glaube ich. Boah, nicht schlecht, Peter! Oh, Peter! Alter, das war echt gut, ey. Ich hab mich grad weggedreht und im Augenwinkel gesehen, dass du reingesprungen bist. Da hab ich aber zu langsam... Da hätt ich aber auch nicht mit gerechnet, dass Peter da reinspringt. Ah, der Jay. Das ist schon einer. Der Jay, doch hinten an der Kirche. Ja, wie der sich verraten hat einfach. Ja, ich hab mir irgendwann auch irgendwas anderes gemacht. Nee. Supergut, ey. Leute, der Teleporter kann echt OP sein auf solchen Maps. Der ist dann immer da, wo die Leute nicht mit einem rechnen. Ja, Rooftops. Rooftops aber auch dafür. Echt krass. Rooftops ist sowieso ne böse Karte für Traderorn. Kannst dir so viel Mist bauen. Die Waffen wird wechseln, nehm ich mal stark an. Dammerich! Dammerich! Das ist aber auch auf den Maps unterschiedlich, ne? Also, es gibt Maps, wo die Waffenslots wechseln. Und dann gibt's Map, das passiert halt nicht. Ja, und dann gibt es manche Waffenslots, die wechseln. Und manche Waffenslots, die nicht wechseln. Ist das? Ja, aber ganz spannend. Jay. Wir müssen hier dann direkt wieder nen Fenstermove machen. Alter, wieso hattest du gerade nichts in der Hand? Weil ich das geschossen hab. Leute! Alter, Peter! Peter schießt auf mich, Peter schießt! Peter hat Schaden gekriegt. Das war dumm. Peter war Traitor. Damit hab ich Christian in den Arsch gelettet. Dalu hat mit draufgeballert. Ich hab ihn, glaub ich, sogar gekillt. Geil, das ist getötet. Aber warte! Hier, Christian! Zack, Jay! Oder Jay! Oder Jay! Okay, also muss ich eigentlich nur Jay und Bram im Auge behalten. Ist doch gut. Alles schön, wer ist da? Bram ist Twin Tower und ich bin hier und Jay ist bei den Containern gewesen. Na ja. Oho! Oho! Wo? Der, 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 der... Der, 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 der... Der ist doch deiner Gelegenheit oder was? Für dich brauch ich keine Gelegenheit aber ich bin halt... Der Axt Knopf? Ja, der war letzte Runde neben der Axt. Was warst du nur da drauf, dass du mit deiner... Bram hat mir ne Disco hingeworfen! Der wollte mich runterschubsen. Da wirft er wieder ne Disco. Ah, die ist vorbei. Wo ist der denn? Sepp, Sepp ist tot. Bram hat Sepp getötet. Wo ist der? Der müsste auf dem mittleren Twin Towers sein. Auf dem mittleren von den beiden? Da wo der halt oben, wo du hochklettern musst. Du siehst mich nicht. Ich seh dich nicht. Dalo, wo bist du? In seiner Nähe. Hab ihn, eins. Alter, ich hab echt gedacht, Bram kommt jetzt. Ich wollte schon auf dich schießen. Nice. Ja, tut mir leid. Bram, das war mal... Was macht dieser Axt? Knopf? Weiß ich halt nicht. Letzte Runde war halt dann Knopf und ich hab draufgedrückt. Und wenn ich nochmal draufgedrückt hab, stand da, es müssten noch vier andere Spieler da draufdrücken. Achso, weil ich konnte als Traitor das aus der Entfernung quasi triggern, aber da scheint nichts passiert zu sein. Weil ihr habt ja beide locker... Aber die Axt ist doch auf, kann man die jetzt aufheben? Mit E? Nö. Ich dachte, da geht dann irgendwas kaputt, dass ich euch umbring. Boah, wie ich wusste, dass Bram da oben mit seiner Scheiß-Poison-Gun da sitzt, ey. Ja, aber gekillt wurdest du dann, ne? Ja. Durch die Disco! Die Disco, die war echt fies. Ich wusste nicht, wo ich hingehen soll. Die zweite, hab ich gedacht, fliegt eiskalt an mir vorbei. Aber hat mich dann doch mal erwischt. Ich hab mir so gewünscht, dass es Sepp ist. Warum? Die ganze Zeit stand ich hinter dir. Die ganze Zeit stand ich hinter dir. Ja, das hab ich nicht mitbekommen. Ja, ich weiß. War so hart fixiert. War so hart fixiert. Ja, in Ruhe. Schnell, schnell, schnell. In Ruhe. Du warst ne Schallplatte? Ja. Was machst du mit der? Können die hier hinten rein tun. Ja, guck mal! You're the best. You're the best around. Musik müsst ihr gleich anfangen. Wenn du die Musik anmachst. Ja. Einen kleinen Lag. Yo! Der Aufnehmen sollte nicht hier hingehen. Ist das so laut? Kannst du ja auch wieder ausmachen. Was willst du? Ja, aber hier hast du richtig geil... Mach das mal wieder aus. Ich weiß nicht, was Bram da hat, aber irgendwie erzählt er ziemlich einen Mist. Ich glaub, er hat einfach nur seinen Namen... Oh, oh. Ich hab deinen Namen heute gesagt, aber... Jay, Jay! Jay ist hier! Du hast geschossen! Ne, ne, Jay. Okay, da ist ne Leiche am Tower. Am Tower ist ne Leiche. Jay war innocent. Wow. Ich hab die Fenster kaputt geschossen, Jay. Ey, Peter! P-H-Peter. Am Tower war er. Das Problem ist, Christian ist jetzt auch fast tot und Christian ist ebenfalls inno. Wenn ich jetzt noch Brams oder Sepps Leiche finde... Aber Sepp hat grad gelehnt. Dennis ist runtergefallen. Sicher? Weiß ich nicht. Dann... Peter und Sepp sind... Lass mich in Ruhe. Peter und Sepp! Ah, okay. Beide traitorieren. Oder Christian hat gut gespielt. Nein. Aber Christian will zwei leben. Nein. Wenn ihr Christian seht und er hat nicht rotes Leben, dann knallt ihr ihn ab. Okay, er hat sie erledigt. Christian ist da. Christian ist da. Hast du ihn gemacht? Nein. Ah! Was? Peter, du musst ihn forcen. Ach. Ich hab ihn getrunken. Er ist vorbei. Yes! Er könnte uns ja noch töten in der Zeit. Ja, ich spring runter. Du musst dich doch einfach nur verstecken und wegrennen. Theoretisch. Oh, Dalu kommt! Er ist wirklich gefallen, oder? Ja, er ist wirklich gefallen. Ja, er ist wirklich gefallen. Er ist wirklich runtergesprungen. Oh, ich dachte gerade, jetzt kommt Dalu noch. Leider hat Peter mich gekinnt. Ich wollte sagen, Christian ist da raus. Was machst du da? Ja, voll geil! Ich bin übrigens nicht runtergesprungen. Also absichtlich. Nice, Peter. War gut. Ja, war echt gut. Das war natürlich sehr ungünstig jetzt. Auch von dir, Zip. Ich hab nur den Nemesis von dir gemacht, den Dalu. Ich schieß unser Fensterkampf. Auf was hab ich denn jetzt schon wieder geschossen, Jay? Voll geil! Du hast halt, wenn jemand mit einer Sniper aus dem Sniperhaus schießt, ohne zu reden oder so was, find ich das immer sehr, 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 sehr fischig. Du kennst auch Jay, Jay. Dann bist du direkt, dann bist du, nach dem einen Schuss, bist du direkt rausgegangen. Ich dachte, du hättest halt einen getötet und willst dich halt verpissen. Du kennst auch Jay, wenn Jay... Aber du hast geschossen, Jay? Ja, Chris. Dann hab ich einmal auf ihn geschossen, hab danach... Nee, ich hab danach aufgehört und dann hast du ungefähr zwei Sekunden später mich dann getötet. Ja, richtig! Und wer sich denn? Trader, der den ganzen Kram hier ausnutzt. Als Traitor hätt ich ja dann weiter geschossen. Ah, ihr seid euch auf jeden Fall einig. Das find ich gut. The best! The best! Also ich hatte halt nen... ziemliche... ziemliche... Oh, Bram. Wie das auch keine so interessiert hat, dass ich da voll die geile Mucke gemacht hab. Das hat mich, das... Das hat mich einfach enttäuscht auf. Du konntest da halt nicht drauf reagieren, wa? Na, Sepp? Du konntest da drauf logischerweise nicht reagieren. Hast du schon was Gutes geholt? Was machst du hier? Hast du schon was Gutes gekauft? Ja, klar. Dann benutzt das doch gegen mich, dann kriegt's jeder mit. Dann kriegt's jeder mit. Wenn du mich erschießt, kriegt das jeder mit. LOL! Ey, Jungs, du bist vom Abgrund weg! Ich wusste nicht, dass ihr hier seid! Wat? Disco! Ah! Lebst du noch? Natürlich, ich bin ja ganz wunders. Ich mein, der Sepp. Der ist auch ganz wunders. Achso. Wir wussten nicht, wo du meinst. Ich hab jetzt einfach mal... Ich war im Kirchturm. Du hast einfach mal geschrien, dass du stirbst oder was? Nein! Du hast es halt so theatralisch gesagt, als wenn das... Weil wir auf dem Haus standen, was halt einstürzt. Und das ist halt... Achso, nee, ich war halt im Kirchturm und hab mich da... Bin ich da hin und hab so ne Disco vor mir hingeworfen. Hab mich so drauf gesteckt und auf einmal lief da halt irgendeiner rum. Dalu, was machst du da? Dalu, was machst du da? Ich hab grad eben ne Poisongang gekauft. Okay, hier hast du Disco. Wuuuui! Oh shit! Dalu hat... Okay, Dalu hat was mit Bram gemacht. PEDER IST! Okay. PEDER IST! PEDER HAST was mit Christian gemacht. Das sehe ich anders. Safe ist diese Information. Safe, weil PEDER es zugegeben hat. PEDER! Das ist ne sehr gute Frage. Also der war zumindest irgendwo auf dem PEDER Haus. Weil Christians Leiche liegt nämlich davor. Oder... Ne, der könnte eigentlich den auch da runter geschossen haben. Wobei dafür liegt der komisch. Sieht ja aus, als wären die beide da oben gewesen wären. Wo liegt der denn? Wo wurde der denn getötet? PEDER wird gleich den Teleporter wieder benutzen. Also... Ready machen. Der ist auf der unteren Ebene. Hört sich jetzt jemanden stört. Macht keinen Sinn. PEDER da jetzt zu suchen. Der wird wahrscheinlich irgendwo den Teleport gesetzt haben. Wird jetzt an einer ganz anderen Stelle sein. Durchaus möglich. Also gerne. Sepp zählt auf jeden Fall immer noch. Ja, in eure Richtung. Also bist du nicht für die Likes von Christian Schlaffer zuständig? Ja, natürlich nicht. Okay. Okay. Okay, ich glaub Peter. Hahaha. Du hast mega überzeugend gesagt. Ja. Meint ihr mir auch. Ich hab nur Angst vor dem anderen Traitor. Er traut sich noch nicht zu porten. Die Chance ist 50-50. Wat? Und jetzt ist sie 60... Ne, jetzt ist sie 50-50. Wer ist denn gestorben? Ja, irgendwer. Also... Aber wahrscheinlich dadurch, dass nichts confirmed wurde in Inno. Das ist die Chance 50% dass man einen Traitor teleportieren würde. Ist zu riskant. Peter ist unter mir. Uiuiuiui. Was bist du? Ich wurde vergiftet wahrscheinlich. Dann ist Sepp wieder der andere Traitor. Ah! Ne! Ne, Peter! Sehr schön. Ach, hier wollte sie dich hin porten, du feige Sau. Kannst du die Leiche noch von Peter verschwinden lassen, damit Run-on-Run ist? Ne, aber du kannst mir schnell helfen. Sepp müsste irgendwo an dem... Das Haus, was kaputt geht. Irgendwo da war er. Okay. Wichser. Der ist jetzt ne... Ich hab kurz überlegt, ob ich's machen soll. Boah, Peter, darfst du kassieren, ey. Das ist ein Witz einfach. Du bist einfach Wahnsinn. Irgendwo Wahnsinn. Dein Körper war schon halb weg teleportiert, aber dein Kopf war noch da. Und dann der erste Schuss natürlich direkt in meinen Kopf gesetzt. Mit der Diege. Unglaublich. Das ist so frustrierend. Ach, Peter, war aber trotzdem ne gute Runde. Ich geh einfach jetzt scheißen. War trotzdem ne gute Runde. Gewonnen hat Dalukat. Peter war auch sehr stark heute in dieser Folge. Und dann der klägliche Rest. Haut rein! Bis zur nächsten Folge. Wir tdt. Ciao!